Ja hallo liebe Freunde meines Kanals und willkommen hier zurück bei Dark Souls 3 im Story Mode. Am Ende der letzten Episode habe ich euch die Frage gestellt, in welchem Gebiet wir als nächstes weitermachen sollen. Und ihr habt gesagt im schwelenden See, sprich das Gebiet unter Karthus. Und ja, dann machen wir jetzt da auch weiter. Ist ja ein sehr interessantes Gebiet. Ich kann da ein bisschen was zu erzählen und außerdem ist es jetzt auch noch schwerer als später, weil das ist ein optionales Gebiet. Und wenn wir es später machen würden, dann wäre es halt auch nicht mehr so schwer. So, erst einmal möchte ich meine Waffe wechseln. Ihr habt euch, doch eine Waffe habt ihr euch gewünscht und zwar soll ich die Sense mal benutzen, die ich bekommen habe. Ich weiß nur nicht, ob mit diesem Spielstand, die Krähen sind sie. Ne, habe ich mich nämlich nicht bekommen mit diesem Spielstand, oder? Ich finde sie gerade einfach nur nicht, die man auf der Road of Sacrifices bekommt. Ne, dann habe ich die Waffe in diesem Spielstand gar nicht. Ich könnte Ledos Großhammer mal benutzen. Ne, könnte ich nicht, da brauche ich 60 Stärke zu. Was könnte ich denn dann benutzen? Den Gargoyle Flammenhammer. Der sieht ganz interessant aus. Oh ja, der sieht so interessant aus. Den upgraden wir uns auch erstmal schnell. Also nochmal zurück zum Feuerbanschrein und dann können wir den mal aufbauen und dann einfach hier mal austesten. Wobei, wartet mal. Ne, ich glaube das machen wir später, weil eine Feuerwaffe in einem Feuergebiet zu benutzen ist glaube ich nicht das Idealste. Aber sie macht halt eine Menge Feuerschaden. Eine sehr coole Waffe. Was können wir denn da nochmal benutzen? Ähm, wir haben zum Beispiel hier noch Unikiri und Ubodachi. Zum Beispiel. Äh, eine Waffe, die sehr stark auf Geschicklichkeit geht, was okay ist. Ich habe einen guten Geschicklichkeitswert. Eine paar Waffe der Jäger, die als schwarze Hand des Königs bekannt sind. Sie wurde von Kamui benutzt, der auf den Prinzen acht gab. Kamui brachte Unikiri mit in die Untoten-Siedlung, wo er Ubodachi schmiedete und schließlich in die Reihen der königlichen Jäger aufgenommen wurde. Aha, guck mal, wie sieht die Waffe aus? So, und ist dann nämlich so ein Doppel-Katana mit einem, also ein großes und ein kleines Katana. Lasst uns die mal aufbauen, auch wenn die Waffe vielleicht nix ist. Ich will sie mal ausprobieren. Ihr habt ja eh gesagt, ihr möchtet mehr Geschicklichkeitswaffen bei mir sehen. So, Waffe verstärken. Was brauchen wir dafür? Ach, Titanite, das ist doch hier alles easy as hell. So, Stärke hat sich zwar auf C verbessert, aber... Wir testen das Ganze mal aus. So, ich habe ja immerhin noch meine schönen Rollen. Guti, äh, Leute. Leute, Leute, Leute. Und zwar, leider habe ich ja Wollnir schon getötet, was ich leider erst gerade herausgefunden habe, als ich nochmal so ein paar Facts nachgelesen habe zu dem Gebietes, dass da ein Invader kommt. Und zwar der Zorik, das ist ein Ritter, der ein bisschen aussieht wie Tarkos, könnte mit ihm auch verwandt sein. Der greift einem hier an. Allerdings, ja, ähm, nicht, wenn man Wollnir schon getötet hat. Das habe ich schon, das heißt, er wird uns nicht angreifen. Von ihm bekommen wir Ausrüstung, die ein bisschen an den Rauchritter aus dem zweiten Dark Souls 2 DLC erinnert. Einfach mal, um es euch gesagt zu haben. So, und damit legen wir jetzt hier auch los. Unser Ziel ist jetzt, wir müssen erst einmal da oben diese Pfeile, Speer, Schießer, äh, ja, mal aus dem Weg räumen. Weil die nerven uns hier nämlich. Ihr seht es. Ich finde, ein bisschen, äh, Titanite bekommen wir hier das Größere. Was ganz gut ist, denn ich baue gerade immer mehr Waffen auf. Und ja, da ist auch dieser lustige Wurm. Äh, den zu besiegen, wie das geht, dass, äh, ich wusste es mal. Ich weiß es aber aktuell nicht, weil es ja extrem stark ist. Ich weiß, dass er Schaden bekommt durch die Speere, die hier geschossen werden. Und ich weiß, dass es hier gerade ziemlich laut sein muss für euch. So, wir gehen jetzt erst einmal weiter. Ist da hinten eigentlich der Boss drin? Oh, ich glaube, da ist der Boss drin, oder? Ich glaube, da hinten geht es zur Bosskammer. Übrigens, guck mal da oben, dieses Zeichen. Was das bedeutet, weiß ich nicht. Schreibt es aber gerne mal in die Kommentare. Ja, hier geht es zum Boss. Hi, Boss. Ja, das ist der alte Dämonenkönig. Den werden wir jetzt einfach mal, äh, bekämpfen. Aus der Hüfte raus. Hab ihm das letzte Mal am Ende von Dark Souls, dem ersten Playthrough, hab ich ihm, äh, durchgenommen. Aua. Aua. Der ist ganz schön brutal. Das ist ein ziemlicher Brutalo. Hier kommt immer ein bisschen Damage. Oh, jetzt macht er irgendwas Fieses, Gemeines. Ich will ja immer ganz gerne meine... Ah ja. Er macht Feuer auf den Boden. Er macht diesen komischen Stomp. Also, er ist, glaube ich, als Boss jetzt nicht so mega schwer. Oh, er macht jetzt so'n, so'n... Ah, so'n Feuerkreis, der von innen nach außen zieht. Das ist ja geschickt, ist das von ihm. Oh, oh, oh. Jetzt fresse ich gerade eine Menge Damage. Sollte ihn mal wieder angreifen. Guck mal. Oh, jott, 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 jott. Es kommt hier auch noch so ein Meteoritenschauer runter. Und er kotzt auch noch Feuer. Also, der Junge bringt hier wirklich die ganze Bandbreite nerviger Bossfähigkeiten. Erinnere mich auch so'n bisschen an diesen Demon Prince, Fire Prince, da, den wir... Äh, den wir im DLC hier im Zweiten besiegt haben. Er hat ja auch in seiner zweiten Phase so ähnliche Sachen gemacht. So, jetzt gehen wir erstmal raus. Oh, es ist ja schon ziemlich geschwächt hier. Ach nee, das hat er nur gemacht, um nochmal zu exploden. Aha. Macht er das jetzt die ganze Zeit so? Naja, jetzt macht er erstmal nix mehr, jetzt ist er nämlich tot. So, alter Dämonenkönig. Dankeschön. Besiegt. Relativ schnell. First try. Oh, guck mal. Ah nee, das ist nur ein Capra-Dämon. Demon. Ja, gut. Das möchte ich aufladen. Jetzt können wir uns dann auch mal ganz kurz... Ne, seine Seele durchlesen brauchen wir noch nicht. Aber wir können hier mal das Bonfire benutzen. Und jetzt kann ich euch mal ein bisschen was darüber erzählen. Ich habe ja in den letzten Folgen immer darauf angespielt, dass wir uns hier im Lost Isoliv befinden würden. Das ist nur halb wahr. Wo wir uns gerade befinden, ist noch nicht das alte Izalit. Das ist tatsächlich... Gehen viele davon aus. Und alleine an diesen großen Bäumen ist es schon so ein bisschen auszumachen, könnte das der Aschesee sein, der sich unter dem Grab der Riesen befindet. Kennen wir aus Dark Souls 1. Aschesee, Grab der Riesen. Und wenn man diesen Gedanken weiterspinnt, das habe ich jetzt einfach mal gemacht, dann könnte man nämlich glatt davon ausgehen. Und das würde auch passen, dass das Grab der Riesen das heutige Kartus ist. Das würde wirklich passen. Wollnir sieht so ein bisschen aus wie Nito. Also die beiden bestehen ja komplett aus Skeletten. Überall sind Skelette unterwegs. Kleine und große. Und das Ganze ist tatsächlich wie ein altes Grab aufgebaut. Nur eben beleuchtet. Damals war es dunkel. Und wenn man jetzt sieht, wir mussten hinabsteigen zum schwelenden See. Also hinabgestiegen. Wenn man auf dem Weg zu Nito war, im Grab der Riesen, konnte man auch auf den Aschesee hinunterblicken. Also es passt einfach so vieles, dass wir hier im Aschesee sind und dass das Gebiet über uns das frühere Grab der Riesen war. Also einfach mal so als kleiner Lore-Drop. Wo befinden wir uns jetzt hier eigentlich? Das würde zum Beispiel auch erklären, warum hier diese Riesen-Krabben unterwegs sind. Denn die, ja, passen natürlich auch dazu, dass der Aschesee ja mal ein See war. Wo ja auch zum Beispiel eine Hydra lebte oder sogar zwei. Ich weiß es nicht. Und diese kleinen Perlen-Krabben unterwegs waren. Also einfach mal, um das mal zu erzählen, zu droppen. Ja, ja. Und natürlich sehen wir hier diese ganzen Dämonen. Die kamen ja aus Izalith oder Aizalith. Und der alte Dämonenkönig. Dämonenkönig denkt, da können wir jetzt noch was in seiner Boss-Seele nachlesen. Wartet mal. Die Seele des alten Dämonenkönigs. Der runzelige alte Dämonenkönig gleicht nun einem Klumpen verbrannter Asche. Doch er ist der letzte lebende Zeuge des Chaos von Izalith. Natürlich ist er das nicht. Es gibt noch ein paar andere Dämonen. Aber wahrscheinlich ist er der letzte, der tatsächlich noch aus der Izalith-Zeit, aus dem Chaos, stammt, bevor wir das Bed of Chaos ja trocken gelegt haben. So zu sagen. Ja, einfach mal als kleine Story für euch. Um hier auch meinem Anspruch, ein Story-Mode-Let's-Play zu machen, nachzukommen. Finde ich sehr, sehr spannend. Wir werden uns natürlich nachher noch die Waffen durchlesen, die man durch ihn bekommt. Jetzt schnappen wir uns erstmal die Titanitscherbe und gehen hier hinten weiter und erreichen dort wieder ein Bonfire. Und ich glaube, mit 106.000 Seelen im Gepäck, obwohl es lohnt sich noch nicht zurückzugehen, denn ich kann noch keinen Level abmachen. Ich habe sonst ja keine Seelen soweit übrig, deswegen machen wir hier einfach weiter. Machen wir hier weiter und arbeiten uns durch den Schwelenden See. Beziehungsweise sind wir jetzt ja schon auf dem Weg ins alte Chaos. So, das ist das Gebiet, was wir damals, ich glaube, nach der Schandstadt hatten. Dieses Gebiet nach Quelak. Ich glaube, da sind wir jetzt hier so in der Nähe. So, hier überall noch so ein paar Demons. Demons, die stärker sind als der Boss. Ach, wie nice. So, ich glaube, da sollte ich mal einen Hammer rausholen oder so. Einfach mal den Hammer auspacken. Es freut mich übrigens, dass so vielen von euch das Story-Mode Let's Play gefällt. Ich muss ja sagen, es ist ein schwieriges Projekt für mich, weil ich kann halt nicht einfach, wie ich es normalerweise tue, so ein bisschen vor mich hin daddeln. Nein, ich muss mich immer wieder belesen, muss immer wieder gucken, was man hier alles machen kann. Muss aufpassen, dass ich meine Quests mache und und und. Das ist alles nicht so leicht, aber es ist ja auch genau der Anspruch. Ich wollte nicht einfach nur wieder einen Durchlauf starten und einfach nur wieder weiter daddeln, wie schon die tausend Male zuvor. Nein, ich wollte diesmal wirklich einen schönen Grund dahinter haben. Ich habe es ja früher mal mit Challenges probiert. Die waren aber nicht ganz so spannend für euch, weil wahrscheinlich habe ich mir auch einfach zu wenig zugetraut, wenn ich mich mal so vergleiche mit anderen, mit dem Brugger zum Beispiel. Der teilweise ziemlich Dörbe-Challenges macht. Da bin ich natürlich hier mit meiner Katana No-Shield. Also No-Shield ist ja mittlerweile meinen Let's Play sowieso schon fast Standard, also. Ich bin ja mittlerweile schon Standard No-Shield hier unterwegs. Apropos, kann man das Schild mal wieder anlegen, um mal diesen Bonus zu bekommen. Ich liebe einfach diesen Hammer, Leute, 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 ich liebe diesen Hammer. Hammer, 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 Hammers. Boah, jetzt gibt es auch noch Gift und Feuer. Das habe ich ja am liebsten hier. Ja, ja. Ist euch mal aufgefallen, dass dieses Gebiet von der Architektur Selakathus aussieht? Und viele andere Gebiete auch. Diese, zum Beispiel, dass man hier so zwei Gänge nach unten hat und so weiter. Also auf jeder Seite was. Ist mir mal so aufgefallen. Das hat sehr starke Ähnlichkeiten mit Kartus hier. Dass man hier zum Beispiel so runter kann. Irgendwohin. Aber vielleicht sollte ich hier mal einen Ring anlegen, der mir Feuerschutz gibt. Oder Also schon echt gemein hier, ne? Boah. So viel Damage kann man echt gar nicht abhalten, dass man hier überlebt. WTF. Ey, lass mich doch mal heilen. Alter. Wumm, 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 wumm. Wie kommt es hier geflogen, ey? Okay, das ist jetzt ziemlich krass hier. Ist es auch schon im Grundspiel so krass gewesen? Das Interessante, wenn man Darks halt so einigermaßen beherrscht. Sobald man einmal stirbt, ist man ja sofort, äh, WTF, wie schwer ist das? Na, wo man einfach nur einmal gestorben ist. Wo man vielleicht früher noch gesagt hätte, ach, komm hier, äh, unter dreimal sterben war es keine richtige Aufnahme gewesen. Die sind jetzt so einmal gestorben, boah, zweifelt man sofort an sich selbst, an seiner Fähigkeit und packt gerade, wie ich, seine stärkste Waffe aus. Einfach, um hier ein bisschen dem Damage zu bürsten. Bürsten. Aber, should damage burst, muss meine Damage-Bürste-Waffe, da ist die Waffe. So, jetzt geht es hier aber ab, hier, ab wie Schmitzkatze, sage ich euch. Jetzt ist hier nämlich Schlossmäler-Stack. Ach, das ist so mies mit diesen Feuerkugeln. Die sind halt echt stark, die Jungs, ne? Gut, sie geben auch zweieinhalbtausend Seelen, da dürfen sie ja stark sein, aber die sind stark. Und meine Seelen schnell wiederholen, das ist erstmal wichtig. Wollen wir erstmal vielleicht auch nicht ganz so greedy hier vorrennen? Das ist einfach zu krass. Ja, ich muss erstmal die so ein bisschen... Jetzt stehen die da und kommen nicht her. Kommt nun mal rum, Jungs. Jetzt, wenn ich hier einfach reinrenne. Und nem Fick gebe. Ich meine, die Stelle war halt jetzt auch echt ziemlich schwer. Ich weiß nicht, irgendwo war natürlich wieder scheinbare Wände. Also unscheinbare Wände. Ah, hier ist das nächste Bonfire, oder? Ne. Ich glaube, hier in der Nähe war das. Ja, hier war das gewesen. So, ne unscheinbare Wand. Wir sehen hier hinten etwas, was irgendwie nach Quellac aussieht übrigens. Ne, Fuliant von Quellana. Und schaut mal, wer das hier ist. Das ist doch 100% ist das... Ja, Quellana, Quellac, also diese Spinne mit der nackten Frau drauf. Also Quellana war ja dann die Schwester, die noch lebte. Und haben ihren Fulianten gefunden. Ein Pyromantie-Fuliant von Quellana, gefüllt mit ihren einzigartigen Zaubern. Diese Pyromantien können nur von einer weiblichen Meisterin gelehrt werden. Gib ihn einem weiblichen Meisterpyromanten, um Quellanas Pyromantien zu erlernen. Quellana, die einzige überlebende Hexe von Eiseliv, nahm einst einen menschlichen Schüler an. Doch als er weiterzog, akzeptierte sie nie wieder jemanden als Schüler. Mit diesem einzigen menschlichen Schüler sind übrigens wir gemeint, falls euch das interessiert. Also wir sind derjenige welche, denn wir konnten damals ihrem Eid beitreten. Und ja, jetzt wahrscheinlich sind wir das auch, oder? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall. Oder ist das ihr menschliches Ich? Ja, auf jeden Fall die Hexen von Eiseliv. Kann man ja mal erzählen. Und zwar war es folgendermaßen. Als die erste Flamme auftauchte, fanden einige Personen mächtige Seelen von ihr. Also diese Fürstenseelen. Und eine davon war die Chaos-Hexe von Eiseliv. Oder Izzalit. Also Izzalit auf Deutsch, wenn ich es auf Deutsch aussprechen müsste. Eiseliv auf Englisch. Und dann kennen wir das alles. Die Drachen wurden besiegt. Gwyn wurde der König, hat sein Königreich aufgebaut. Kennen wir. Dann kam es aber dazu, dass die erste Flamme kurz vor dem Elyschen war. Und da dachte sich doch Quelana, äh, die Chaos-Hexe dachte sich dann, Hey, ich bin voll schlau. Ich nehme jetzt meine Seelen und verbinde sie mit der ersten Flamme. So hat sie gemacht. Ja, und damit quasi alles um sich herum in Dämonen-Scheiße verwandelt. Also sie hat damit das Bed of Chaos erzeugt. Das Bed of Chaos, also die Geburtsstätte des Chaos. Und, ja, damit wurde Izzalit, ihr Land sozusagen, in dem sie lebte, wurde eben zum Chaos, wurde eben von Flammen umhüllt. Alles wurde zu Dämonen. Und deswegen wurden ihre Mädels auch zu diesen Spinnenwesen. Quelak haben wir besiegt. Quelana hatten wir dann noch als NPC, um da Quests zu machen. Und dann brauchten wir auch, wenn wir zum Beispiel Solaire retten wollen, müssen wir bei Quelana einen gewissen Rang erreichen und so weiter und so fort. Das ist Quelana. So, um es einfach mal zu zeigen. Und hier ist das alte, verlorene Izzalit. Cool, oder? Spoiler, wenn wir jetzt hier reintreten, sterben wir. Tja, der Dämonen-Lokust. So, jetzt haben wir das eigentlich soweit schon gemacht. Jetzt können wir hier noch runterspringen. Können ein paar Ratten, da ist eine große Ratte, die müssen wir mit einem Sturzangriff hinrichten. Dann kurz mal wegrollen, damit es die anderen Ratten da nicht überrennen. So, alle hingerichtet. Gibt's hier noch eine Truhe. Die Truhe ist aber echt. Hier finden wir nochmal zwei große Titanitscherben. Scheinbare Wand voraus. Zack, scheinbar ist da eine Wand voraus. Spoiler, wenn wir jetzt hier runterspringen, können wir nicht sofort wieder zurück. Also sollten wir das noch lassen für die weiteren Erkundungstouren hier. Und lieber erstmal einen Weg suchen, wieder zu einem Bonfire zu kommen. Ich find die Sache mit, äh, Quelana aber übrigens sehr, sehr spannend. So, mir fehlt hier nur ein Bonfire. Ach, nee. Das war ja falsch hier. Natürlich können wir jetzt mal wirklich kurz mal darunter nochmal diesen Weg... Ach, du warst noch am Leben. Können wir wirklich nochmal ganz kurz diesen Weg da unten erkunden. Das ist eigentlich ja nicht schlimm. Naja, da müssen wir nur vorsichtig sein. Weil hier diese... ekligen Dinger unterwegs sind. Aber mit der Waffe sind die kein Problem. Die Titanitschuppe. Sonst besiegen wir hier erstmal alle. Immerhin bekommen wir genügend Seen, um gleich noch ein Level-Up hinten ranzuhängen. Ich weiß gerade nicht, wo wir hier lang kommen. Ob das Gebiet halt nur einmal gespielt so richtig. Vorne ist ein Black Knight. Also war einer. Ja, unter uns übrigens wieder das Chaos. Das... Ja, das... Ich glaube, hier müssen wir dann irgendwas tun, um da die Flammen zu löschen. Dann können wir dann da auch hin und können da alles einsammeln gehen. So, die Seele eines Meisters haben wir gerade gefunden. Wo war das gewesen? Ja. Die Seele eines Meisters. Seele aus dem Leichnam eines legendären Meisters. Benutzen, um genug Seelen... Äh, um genug Seelen erhalten, um den Hunger eines Fürsten zu stillen. Lass diese herrenlose Seele von der Feuerhüterin in eine Quelle der Kraft verwandeln. Denn die Unentfachten sind ein Gefäß der Seelen. Okay. Okay. Sag ich dazu nur. Okay. Ich glaube, hier oben kommen wir jetzt unseren Ziel weiter, diese komische Pfeilapparatur dann abzustellen. Also, das Speer, die da geschossen werden. Die Speere. Nicht Speer. Mein Gott. Speere. Yuga. Trottel. Speere. Alter, der glühende Speer. Um wieder... Wieder mal eins aus dem Drachengame zu bringen. Und ja, ich habe mich in den letzten Monaten tatsächlich ein bisschen mit dem Drachengame beschäftigt. Weil ein Kumpel von mir da tatsächlich ziemlich informiert ist. Und der hat mir so viele Sachen erzählt, die fand ich alle so kurios. Dass ich seitdem selbst diese Videos angeguckt habe, Sachen durchgelesen habe. Und naja, ihr kennt das ja vielleicht. Drachenlord. Gott, man fängt einmal an und aus jeder Frage, auf die man eine Antwort erhält, wird eine weitere Frage. Also, ja, wir müssen jetzt mal hier diesen Speeren entkommen. Ich finde das ja ganz interessant, wie diese Drachenlord-Welt so funktioniert in der Dynamik. Welche Codewörter es da gibt, die auch wirklich in super vielen Communities mittlerweile... Also, das sind... Das Drachengame funktioniert ja so unbewusst, wie so ein Geheimbond. Es werden halt Codewörter oder so Codephrasen. Cod, ne? Es werden halt so kleine Codes halt verwendet. Und wenn man die halt kennt... Wenn man die halt kennt, dann... Warte mal. Ja, die Wache ist halt echt blöd gerade dafür. Wenn man diese Codes halt kennt, dann kann man sie auch entschlüsseln und kann dann... Cool, Knochenradschild. Wenn man sie... Ah, der eine war nur ein wieder, der auf das Knochenradschild droppt. Aber wenn man diese Codes kennt, dann kann man sie entschlüsseln und kann quasi alle möglichen lustigen Sachen dann verstehen. Äh, dieses so, rutsch mal rüber, das ist ja großartig. Oder, das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Das ist so dieses ganze Drachengame-Zeug. Und das ist auf seine eigene Art und Weise ist es lustig, auch wenn es nicht unbedingt so lustig ist, was da bei dem Typen halt zu Hause so abgeht. Muss man ja wirklich sagen. Der Drachenlord ist ja der Sozialporno des 21. Jahrhunderts. An vielen Stellen wirklich lustig, aber an sehr vielen Stellen auch okay. Kartus Hotel. Ja, ich wär jetzt lieber im Kartus Hotel. Ich will jetzt auch gar nicht zu viel aufs Drachengame eingehen. Mal gucken erstmal, wie ihr generell darauf reagiert. Kann ja auch sein, ihr seid jetzt mega genervt und sagt, boah, nee, Juga, nicht du auch noch. Boah, reicht schon, dass meine halbe Klasse darauf abgeht, so. Ja, die Jungs muss man echt playen können hier. Die können mich so easy zerficken. Boah, hat er nur überlebt. So. Da haben wir sie, die große Maschine. Die Maschine hier. Okay, bin ich noch deaktiviert in dieser Folge. Ja, Blut bis Regen plus eins, ja, verhindert Blutungsschaden. Also nicht komplett, aber ein bisschen. Wir müssen jetzt hier irgendwie... Wie ging das hier nochmal? Ach ja, guck mal, da. 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 So, damit ist jetzt die Maschine deaktiviert. Kann sie nicht wieder aktiviert werden von uns? Ja, kann sie. Kann sie, aber sollte sie nicht. So. Oh, sorry. Ja, das berühmte Drachengame. Ich finde es halt an vielen Stellen echt mega lustig, was da abgeht. Und jetzt guck mal hier, die Riesentraurigkeit, ja, die sind tot. Ja, von wegen Freundschaft. Ja, das Drachengame. Springen wird benötigt. Oh Gott. Auch wenn man genügend Lebenspunkte hat. So, gucken wir, dass wir jetzt hier noch Items zurücklassen, die denn hier so an den Ecken liegen. Und den ganzen Weg dann nochmal gehen müsste. So, hier geht es dann zu Horace rein. Also hier ging es dann da rein, wo Horace stand. Ja. So, dementsprechend gehen wir zurück zum Feuerbandschreiben. Wir können jetzt nämlich einmal einen Talentpunkt verteilen. Das machen wir auch und damit beenden wir die Folge. Und war jetzt ein bisschen länger heute, was aber okay ist, weil gestern kamen keine. Und dementsprechend ganz cool. So, wir gehen jetzt auf 50 Stärke. Haben damit Stärke jetzt auf 50 gebracht. Jetzt können wir Geschicklichkeit weiter nach vorne bringen. So, und wir machen Schluss für heute, ihr lieben Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es wieder weiter. Schwelender See sind wir ja noch nicht durch. Und was wir da noch alles finden können, ich bin gespannt. Ich hoffe ja auch. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, ab in die Kommentare damit. Dann sehen und hören wir uns wieder. Also, ihr seht und hört mich. Ich lese euch. Und ja, bis dahin, euer Hiyuga.